holzhammer okay gut dann schauen wir raus ob irgendwas hier bei uns rumlungert nein tut es nicht wunderbar ich wollte gar nicht so lange hier bleiben aber mein gott das ist jetzt so passiert so gehen wir zurück zu unserem wunderschönen und fahren wir alles wunderschön ab alter alter was ist denn los grad da komm da habe ich doch den stein gesetzt das ding ins erde erde gesetzt das ist mir wurscht wenn die da runterfallen wir sind angekommen glas und da sind glas scheiben glas scheiben wichtig so zack 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 oh von außen machen wir jetzt die türe yeah und jetzt mal die druckplatte noch geht das ne oh gott endlich neues zu hause new home my home my castle zack und los geht's bauen wir mal genau öfter mal einen falsch setzen ach scheiße hey das ist doch ein bisschen strange ich bin so cool ich habe nicht mein weg nach draußen jetzt auch mir verbarrikadiert so wie mache ich das ich mache da wir sind hier machen dann haben wir hier den weg rein dann müsste man nicht ist das scheiße schwer wenn man jetzt erstmal hier überdacht nicht so sub wir überdachten alles erstmal das ist einfach da rein zack das überdachten ist gerade wichtig so zack zack ja muss ich ein paar mal ein paar sachen abbauen meine fresse ist doch scheißegal jetzt so spitzhacke beziehungsweise axt so wir können jetzt hier erstmal die erste truhe aufstellen und direkt mal brauchen wir gerade nicht 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 brauchen wir auch gerade nicht brauchen wir gerade nicht brauchen wir jetzt nachher noch und dann haben wir es schon so weil hier können wir dann super schild schild noch mal hier warte mal wenn wir hier den eingang haben hier ist das da dann brauchen wir hier barrikade das ist aber zu eng also mir ist das zu eng zu 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 dann kommt hier 123 zu 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 genau 12 ja da haben wir hier eine 3 aber dann kann man hier einfach mehr dann sind sie die groß tun ach komm so so und der kommt als nächstes dran zack 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 saugeil dann machen wir da hinten so zwei fackeln rein und wenn wir hier draußen eine das ganze schon stil hier können wir das nicht machen dann haben wir hier auf jeden fall für truhen was hier in das eck bauen wir jetzt die zauberer ecke da machen wir da machen wir zu 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 so so zack oder eine etage eine seite zu dann eins zwei vier stück eins zwei drei vier und die fünfte dann runter und die sechste auch runter und die sechste das das endet dann genau schön hier an den dingen das hat auch was das hat auch was schlaf kindlein schlaf muss was trinken tut mir leid so wir haben hier eins zwei drei vier fünf sechs das heißt wir haben überall sechs drei 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 das heißt wir kriegen hier das nicht gebacken das ding mittig zu machen nach gott das 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 so doch nicht juhu genau genau jetzt haben nicht das geschafft und ja ganz ehrlich auf die bücher und was hier kommt glas rein ist ja logisch hier machen wir mal was ganz spezielles nein du kommst hier raus und ich mache jetzt einfach mal das ganz normal zu weil ich weiß noch nicht wie ich das effektiv halten werde ich bin zuvor gerade auf die achse zu wechseln kannst du sagen was er wollte ist gerade ich will gerade nicht so so es wird doch schon mal es wird ja und zu jetzt nehmen wir das mal ganz kurz an uns die da auch zack 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 weil noch können wir hier umgehen das wird sich auch noch ändern ich finde das eigentlich ganz cool die idee und also fans so lang fenster da habe ich keins da oben rein gemacht mal schauen ob das noch geil ausschaut wenn ich kann ich einfach zu machen also das ist ja kein thema so da müssen wir hier natürlich bücher legale hinstellen vorher müssen wir aber glas machen wir brauchen jetzt also einen raum wo wir auch gleichzeitig erstmal ein bisschen wir nutzen jetzt den raum für eine workbench so nehmen mit glas glas da die wachbank haben wir sogar noch drin ist ja gut gut und zack und glas das ist ein bisschen schwerer zu produzieren als erwartet muss ich jetzt ganz ehrlich sagen ich habe das schon vergessen ich habe das jetzt einmal gemacht oder so und seitdem nicht mehr